...zeigen wird und damit auch in der Nationenwertung die Ukraine bezwingen kann. Aber Russland nicht mehr, wie gesagt. Dazwischen liegen noch zwei Übungen, bevor wir dann mehr wissen. Einmal Israel von Sivan Fischle und Audrone Lingüte aus Litauen. Dann Petrova. Ich glaube, die junge Dame haben wir noch nicht gesehen aus Israel. Neben Svilana Tokayev steht sie im Team. 15 Jahre alt, erste Weltmeisterschaft. Aber starker 18. Platz bei den Junioren-Europameisterschaften in Bukarest vor Feierabend. Schlechtmacht. Schlechtmacht. 1. Platz für die Konflikten in Bukarest. 1. Platz für die Konflikten in Bukarest. 1. Platz für die Konflikten in Bukarest. So, liebe Zuschauer, ich tue es mal schon ein wenig vorab, denn es kann sich nichts mehr daran ändern. Dem Publikum hier in der Halle wird jetzt die Wertung für Jelena Vittoritschenko bekannt gegeben und das wird mit entsprechenden Unmut zur Kenntnis genommen. Wir schauen inzwischen die Zeitduckenstudio von Sibana Fischler an, aber inzwischen wissen wir, und das ist fast sensationell, Magdalena Bzeska steht...